Erinnerst du dich an mich? Wow! Wer bist du? Hi, Nid! Wo bin ich? Hallo, kleines Mädchen. Nein, auf keinen Fall! Kleiner, nein! Hilfst du! Du wirst mir nicht entkommen! Jemand hilft mir! Schnell, steig auf meinen Rücken! Ich werde dich schnappen! Ich muss rennen, aber meine Beine bewegen sich nicht! Schau mein zitterndes Abendessen an! Geht es dir gut, Envy? Bitte freut mich nicht! Iss mich nicht! Envy, keine Sorge, wir werden dich beschützen! Du wagst es, meine Pläne zu ruinieren! Niemand darf meinen Freunden etwas antun! Du bist hässlich! Verschwinde von mir! Ihr seid alle so laut! Hahahaha! 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 Lass meinen Freund gehen! Wenn du dich freiwillig hättest! Sag, ob ich deine Freunde freilassen soll! Nein, Envy, dem kannst du nicht zustimmen! Nein, du bist ein wichtiger Teil von Riley! Riley braucht dich! Du kannst nicht zustimmen! Wenn du nicht zustimmst, werde ich alle essen! Nein, bitte tu meinen Freunden nichts! Einverstanden! Envy, das kannst du nicht tun! Ich kann nicht zulassen, dass meine Freunde wegen mir leiden! Envy! Hahahaha! Werde ich die niedrigsten Person denn! Nein! Ah! Sie, sie hat sich für uns geopfert! Joy hatte wirklich Angst, uns zu verlassen! Ah! Ah! Ich werde bald bezaubert sein! Ah! 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 Du warst es, mein Versprechen zu brechen. Warst es, meine Freunde zu verletzen. Warst es, mich zu essen? Nein, leb noch! Ja! Ja! Ja!